Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4. Wir sind hier mitten im Parsons Klinik, glaube ich. Äh, doch Parsons Klinik hieß die. Und, ja, wir dürfen jetzt um die schönen Raider kümmern. Wieso ihre Nackenhaare sich so aufstellen? Wir dürfen auch noch mal neue Sammeln. Und, ja, war toll. War ein bisschen doof gelaufen, aber da kann man nichts machen. Die Zeit dringt! Die Zeit dringt! Zeit, sie zu vernichten! Oh, danke, dass du mitten im Weg stehen bleibst! Oh Mann ey! Ja, schön! Ja, danke! Weg! Endlich ey! Ich hab grad, das würde ich nie schaffen! So, nochmal aufs Neue sammeln, das Ganze. Weil es jetzt auch Spaß gemacht hat. Oh, hier gibt's jede Menge nützliche Sachen, das glaubst du gar nicht. So viel nützliches Zeug. Das ist alles so mega nützlich. Das ist nützlich nützlich. Ich weichere das eben mal hier. So. Hier sind sogar Schachbretter nützlich. Alles ist nützlich. Nichts ist nützlich. Nichts ist nützlich. Nichts ist nützlich. Du musst ihn ja gleich von vorne an treiben, ne? Du kannst nicht warten, bis ich jetzt einen Ruf gegründet habe. Nein, du musst gleich losrennen. Oder ich. China ist nah. Okay, waren es hier nicht zwei gewesen am Anfang? Das war ein großer Fehler! Ja, schön für dich, dass es ein großer Fehler war. Okay, hier ist sonst nichts. Hallo? Geh doch mal aus dem Weg, alter Sack! Ernsthaft. Nö, nutze ich nicht. Nö, tut, tut, tut. Anklammern, cool. Anklammern sind immer gut. Oh, da wollte einer sich wohl durchgraben. Hat nur nicht funktioniert. Ja. Ich auch. Nichts mehr. Und hier ist der Typ, der abhauen wollte. Ohne seinen Koffer? Hm. Okay. Ja. Gehst du da raus? Danke. Ich will immer Escape zum Rausgehen drücken. Das ist eine Gewohnheit, die ist schlimm. Glaubst du etwa, du kannst hier gewinnen? Einmal was, wenn du so etwas bedeuten hast, weiß ich nicht. Ja, ja, klopft ihr euch das mal. Ergibt nicht! Dann mach ich schnell! Hm. Schießt ihr denn hier schon wieder, ihr? Ja, schießt ihr nur, ich hab jetzt gar keine Lust. Okay. Ich weiß nicht, warum die da so standen, aber es ist sehr unheimlich. Ich hab keine Angst, macht ihr nur mal. Rein unten zu sein. Ja, macht das mal. Ich bin hier erstmal an Dammelprotokolle. Grenztaft. Ich bin im Dickel, Sir. Ich bin hier. Ich bin hier. Schluss jetzt hier. Ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade wo der andere hin ist, aber egal. Ob immer der Arzt hingelaufen ist, ich weiß es nicht. Ah, guck mal, da ist er ja. Wir haben ja einen Fahrstuhl gefahren. Tolle Ratte. Ich geh jetzt noch nirgends wohin. Hier war ich glaube ich schon, oder? Ne, hier war ich nicht. Oh, Junge. Ja. Sehr geehrte Mädel. So, tschüss. Komm. Das ist der einzige Weg nach unten. Ja, ich bin hier schon drinnen. Und Ada jetzt auch. Achso, ich muss hier drücken. Ihr könnt das ja alle nicht. Plötzlich alleine jetzt hier ein Fahrstuhl. Der komplett durchdreht. Hey, das war ein Mut. So ein Fahrstuhl. Scheiße. Ich stelle ich halt mitten im Weg, wenn ich halt schieße, man. Selbst wenn man schollt. Was braucht man sie? Es war nur ein einziger, der noch da war. Egal. Wie sieht es denn hier aus? Na, Mama ist mir hier auf. Schitter. Na ja, bei dem zweiten klappt es meistens. Fenchbox. Ich würde meinen, es herrscht gerade hier unten ein mega Sturm. Ja. Ja. Die ganzen Arschlöcher dort oben können nicht verhindern, dass diese Klaus hier... ...versuchen, das Abramelinfeld abzuschalten. Das ist das einzige, was Lorenzos Ausbruch verhindert. Wir müssen da rein und sie aufhalten. Hallo, Jack. Es ist lange her, dass ich das Vergnügen eines persönlichen Besuchs habe. Der Erfache. Ich werde dir mein Ende setzen. Meine Kräfte sind gewachsen, Jack. Das Artefakt wird mir noch so viel beibringen. Und wenn ich frei bin, bringe ich dir auch alles bei. Ich kann dich erst rauslassen, wenn ich das Artefakt entfernt habe. Mal sehen. Bei Luzifers Eingeweigen. Sie haben alle Sicherheitstüren verriegelt. Ich muss sie von hier aus nacheinander entriegeln, während du dich den Gang entlang bewegst. Schnell jetzt. Richtig. Ihr müsst das Eindämmungsfeld ausschalten, um die Tür zu öffnen. Wenn ihr das aufkriegt, bekommt jeder was im Saft. Beheilung. Mein Sohn kann wirklich jeden aufhalten, sobald er hier ist. Ich öffne den Haupteingang. Schnell. Scheiße. Schöne ihn. Schöne ihn. Schöne ihn. Ich habe meinen Arsch gefunden. Ich habe meinen Arsch gefunden. Das war's. Ich spüre, wie meine Kraft zurückkehrt. Ich will endlich frei sein. Schnell. Es dauert nicht mehr lang, dann kann ihn nichts mehr aufreißen. Ja, ja. Ah. Das ist echt nicht wert. Du bist tot. Du bist tot. Du bist tot. Du bist tot. Bingo. Ja. Hm. Du bist tot. Du bist tot. Du bist tot. Du bist tot. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig mache. Nö. Ich glaube, fast einen Weg gefunden zu haben, um das Artefakt zu entfernen. Lügner! Ihr hättet mich ewig ausgesaugt, wenn es nach euch gegangen wäre. Mickriger Wurm! Denkst du wirklich, du hättest die Macht, mich zu zerstören? Leb wohl, Vater. Wollen wir mal gucken, was passiert, wenn ich es nicht mache? Ich weiß es nicht. Ähm... Ah scheiße, egal. Okay, das war wahrscheinlich das Artefakt, oder wie? Ich weiß nicht, ob es das Richtige war, was ich getan habe. Ich weiß nicht, ob es das Richtige war. Ich weiß nicht, ob es das Richtige war. Ich weiß nicht, ob es das Richtige war. Okay, wir könnten mal testen, was passiert. Ich lösche das mal ein paar. Obwohl, wenn ich jetzt hier fertig bin, einfach mal... Ich lade das nochmal. Ich will einfach mal gucken, was passiert, wenn ich jetzt befreit hätte. Ob ich jetzt gegen ihn hätte kämpfen müssen. Keine andere Wahl, oder? Scheiße. Was hätte er getan, wenn er freigekommen wäre? Oh, er hätte uns beide getötet. Und dann den Rest meiner Familie. Und das wäre erst der Anfang gewesen. Seine Verbrechen, als er damals noch frei war... Nur wegen des Einflusses meiner Familie ist er hier gelandet. Und nicht in der Todeszelle. Die Welt heute... Sie ist für Monster wie geschaffen. Nichts hätte ihn aufhalten können. Nein. Ich habe meine Frage beantwortet. Wir hatten wirklich keine Wahl. Das mit Lorenzo tut mir leid. Danke. Das weiß ich zu schätzen. Bevor du gehst. Ohne deine Hilfe hätte ich es nicht geschafft. Ich denke, das ist eine angemessene Belohnung. Ich brauche deine Dienste nicht mehr. Super, vielen Dank. Noch eine Sache. Ich habe das Artefakt so lange erforscht. Vielleicht kann ich was damit anfangen. Komm in ungefähr einer Woche wieder zu uns nach Hause. Vielleicht war meine ganze Forschung doch nicht umsonst. Okay, ich will trotzdem... Kann ich das irgendwie... Nummer 29? Okay. Einfach nur mal aus Neugier jetzt. Hör nicht auf ihn. Das kann er sehr gut. Das merkst du doch. Denk an alles, was dir Jack erzählt hat. Wer ist deiner Meinung nach, der Verrückte hier? Entschuldigung. Entschuldigung. Du wirst schon sehen. Vater, du's nicht! Zu spät, Jack. Warum wartest du nicht dort? Damit wir unser lang überfälliges Gespräch führen können. Verschwinde, solange es noch geht. Anscheinend will Jack nicht mit seinem Vater sprechen. Wir müssen ihn töten. Und den Rest auch. Ich hatte nie zugestimmt, jemanden umzubringen. Warum sonst hast du die Tür geöffnet? Es gibt jetzt kein Zurück mehr. Keine Sorge. Du wirst belohnt werden. Was Jack mir genommen hat, werde ich dir schenken. Un... Sterblichkeit. Aber zuerst muss ich noch was erledigen. Mit deiner Hilfe hoffe ich. Wir treffen uns beim Haus der Cabots. Dort werden sich diese Ratten verkriechen. Okay. Wir wissen ungefähr, was jetzt passiert. Damit es alle auslöschen wollen. Aber vielleicht könnte man es irgendwie ändern? Können wir eventuell die dafür sorgen, dass er es nicht macht? Aber was passiert jetzt mit unseren Speicherstellen, den wir ja gemacht haben? Ich weiß nicht, ob wir es machen wollen. Hm. Ne, komm. Ich kann mir schon denken, was passiert. Und das ist, glaube ich, keine gute Idee. Dieses zu tun. Ich wollte auch nochmal wissen, was passiert. Ich kann mir jetzt denken, was passiert. Ob wir den Typen ändern können, weiß ich nicht. So. Das war jetzt, glaube ich, die Sequenz, wo er nichts mehr lebt, oder? Ja. Okay. Falls ihr es auch noch sehen wollt. Der Speicherstand ist noch da. Dann kann es also noch, äh... Hi. Ich wünschte nur, ich hätte einen Weg gefunden, meinen Vater zu heilen. Bevor es so weit kommen musste. Ich glaube es immer noch. Mit etwas mehr Zeit hätte ich einen Weg gefunden, das Artefakt zu entfernen. Aber das ist jetzt auch egal. Okay. Okay. Also, falls wer weiß, was passiert wäre, wenn ich jetzt den freigelassen hätte, und bla. Dann sagen wir doch bitte Bescheid, oder... Äh... Ja... Keine Ahnung. Okay, gehen wir mal zur Burg. Wenn wir eh gerade hier unten sind. Hot Strong? Nein. Wir wollen jetzt die Burg nochmal. Aber... Ja. Ich bin jetzt raus aus diesem Gebäude. Ich meine, was sie gemacht haben, war nicht richtig. So ist es nicht. Aber... Ich glaube, was der machen würde, wäre erst recht nicht richtig. Also... Ist halt so eine Sache so, hätte ich es jetzt tun sollen, oder hätte ich es nicht tun sollen. Deswegen, wie gesagt, der Speicherstand ist noch da. Wir können es gerne auch mal versuchen, um zu gucken, was dann passiert. Äh... Aber... Ja. Ich kann mir jetzt schon irgendwie denken, was passieren wird. Und das ist etwas, was ich eigentlich nicht wollte, dann. Oh. Wir sollten mitnehmen, was wir können. Sie werden diese Gegenstände nicht mehr brauchen. Ich weiß nicht, wer für diese Schweinerei verantwortlich ist. Aber vielleicht ist es besser, dass wir nicht so weiter am Rettungsland wurden. Und raus mit uns. Okay, so eine Rüstung gibt es auch. Aber sie sieht irgendwie noch komisch aus aus, als sie, die ich sowieso schon anhabe. Raiderband, fertig ist die Rust-Devil-Rüstung. Okay. Dann ist ja alles gut. Das wäre eine für uns. Oh, ich glaube, die können wir auch anziehen. So eine ähnliche zumindest. Huhuhuhu. Oh. Okay. Können wir denn jetzt zur Burg reisen? Ja, können wir. Und den Volt, der der Volt 88, der mir da angezeigt wird, den gehe ich vom Licht hin. Wie noch zu gefährlich. Aber wir könnten eventuell von, äh, unserem Volt... Könnten wir, äh... Da für die dann noch eingesperrt erst mal holen. Eventuell noch schauen. Wenn ich es nicht wieder vergesse. Weil ich glaube, das wollte ich schon länger machen. Dann habe ich es aber jedes Mal vergessen. Oh. Habe ich nicht gesehen. Okay. Hier werden Betten benötigt. Ich weiß da, wo welche hin. Außer ich gar nicht so anzugucken. Ist so. 17 Leute sind da mittlerweile. Okay. Oh. Was ist hier für Betten? Hm. Ich glaube, den Rekrutierungszeitstrahl kann ich hier erstmal ausschalten. Lass uns ein paar Sachen tauschen. Na klar doch. Oh. Das passt definitiv nicht. Hm. Wie ist dahin? Ja. Hörst du auch zu uns? Ja. Du gehörst auch zu uns. Ihr hört Radio Freedom, die Stimme der Minutemen. Es ist 12 Uhr mittags. Achtung. Mir wurde soeben eine Entführung gemeldet. Minutemen, bitte helf, wenn ihr in der Gegend seid. Sicher. Gut. Dann kann ich nämlich noch mehr hier anpflanzen. Ja. Ich helf gleich. Ich helf. 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 Da geht gerade ein Barmy in die Treppe hoch. Auch gut. Kann ich denen eigentlich diese Futterstellen noch irgendwo hinstellen? Ich glaube ja, ne? Ja, ich kümmere mich gleich um diese Entführung. Sonstiges Gartenfeld hier. Dann kümmern wir uns jetzt mal um die Entführung, würde ich sagen. Dann noch um die Änderung hier. Weil die brauchen Wasser. Payments Alley. Dann kümmern wir uns ein bisschen um die... Ja. So. Ab da. Für. Ich würde sagen, wir kümmern uns in der nächsten Folge dann mal ein bisschen um die ganzen Gegenden, die uns gehören. Und dann, dass die halt alle mal ein bisschen sicherer sind. Alle in Betten bekommen alles, was sie brauchen. Halt Wasser und da und hier und da und... Ja. Kalala. Nachdem wir das hier geregelt haben. Du musst mir helfen. Mein Vater wurde entführt. Was ist da gerade passiert? So. Lassen Sie nichts nützliches zurück. Na? Entschuldigung? Du musst mir helfen. Die haben meinen Freund entführt. Was ist das? Das war der Freund. Sag mir einfach, was passiert ist. Sie meinten, sie würden in ein paar Tagen wiederkommen, um das Lösegeld abzuholen. Wenn ich nicht bezahle, werden sie ihn töten. Aber ich habe nicht so viel Geld. Weißt du, wo sie ihn hingebracht haben? Ich bin mir recht sicher. Ich markiere es auf deiner Karte. Wir haben den Minutemen um Hilfe gebeten. Aber ich hatte nicht wirklich damit gerechnet, dass jemand kommt. Bring ihn einfach wohlbehalten zurück. Okay? Das war's der Vater. Jetzt ist es der Freund. Wissen Sie bald mal, wer es ist? Zack. Schön, dass wir schon mal da waren. Aber ich wusste gar nicht, dass jetzt das Verstecktes des Dings auch zu uns so Sachen gehört. Das heißt, wir müssten noch mal zurück und müssen da gucken, ob wir noch ein Können tönen. Das ganze Ding nur oder nur zu der untere Teil? Das würde mich jetzt mal interessieren, ob uns das ganze Gelände da gehört. Hm. Vielleicht habe ich auch keine Werkbahn gesehen oder sowas. Huch! Ja, schön, dass ich mal mitten drin stehe. Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht mehr ankommen kann. Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich, dass ich mir noch nicht mehr ankommen kann. Genau wie ich nicht mehr eine Möglichkeit habe. Ich bin so glücklich. Jetzt über kannst du sie nicht mehr, das kannst du alles weg, aber naja mal wieder zu machen. Ich hab mir das gehört. So Lord, das kannst du nicht nur als ein paar Tage zu machen. Ich hab mir das gemacht. Ich hab dir ja alles gemacht. Ich hab mir das auf dichoben. Ich bin zu viel egal. Jetzt weißt du gar nicht, was ich bin. Oh, wie ich das hasse mit diesen Scheißbomben da. Schluss jetzt! Euer Abend! Ich mag nie mehr mit euch, ihr Spiller. Das nennt man anständig zielen, du Anfänger! Okay, ich hab anständig gezielt und jetzt krieg ich was dafür. Oh, ich bekomme ein paar V-Rate. Was? Überflächte Bücher zurückgeben! Endlich! Ich habe eine Bücherei-Dings gefunden. Für jedes Video, wo man wert, werden eben fünf Buchmarken geschrieben. Die Marken können sie verwenden und Preise... Ja, machen wir. Yay! Fragen ausgeben. Kampfmesser. Hm. Neeee... Was... wieviele hab ich denn? Keine Ahnung... Ok. Einmal das. Ich weiß jetzt auch, wo so ein Ding noch ist. Auch interessant. Ja, aber ich weiß, was ich noch machen wollte. Ich wollte ja eigentlich zu diesem Schiff, ne? Ja, okay. Zum nächsten Mal. Läuft uns ja nicht weg, das Schiff. Ich stelle mir vor, dass ich mir die Füße kriegen. Entschuldigung. Aber wie es weitergeht, sehen wir erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst euch mal einen Kommentar. Bleibt alle gesund in dieser schweren Zeit. Ich wünsche euch alles Gute und man sieht sich, man liest sich, man hört sich. Ciao.